Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von MyVenture, die neue Freiheit auf vier Rädern. Folge 4 des großen Thomas-Koch-Spezials bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich deiner produktivsten Zeit im Eishockey. Es folgte auf das Schweden-Abenteuer der Wechsel zu Red Bull Salzburg. Alles zum Schweden-Abenteuer natürlich in der letzten Folge nachzuhören. Die erste Folge vom Thomas-Koch-Spezial widmet sich deiner zweiten Ära beim KAC, die erste in den Anfängen, jetzt eben Red Bull Salzburg. Du kommst aus Lülea nach Hause, verbringst den Sommer in der Annahme, dass du zurückkehren würdest. Es geht dann doch zu Red Bull Salzburg. Dein erster Tag als Angestellter, in Anführungszeichen, als Eishockey-Profi bei den Red Bulls. Wie lief der ab? Ich kann mich noch erinnern, ich bin von Klagenfurt mit dem Auto angereist, bin sehr herzlich aufgenommen worden. Der Herr Dimter hat mich empfangen, Trainer, Spieler waren in der Kabine und so bin ich zur Mannschaft dazugestoßen. Und dann ist es eigentlich bald losgegangen mit Eistrainings und der tägliche Ablauf, wie es in der Vorbereitung eigentlich losgeht. Und dadurch viele Österreicher in der Mannschaft waren, die ich vom Nationalteam schon gekannt habe, haben mich eigentlich von Anfang an wohlgefühlt. Die Liga hat in den Jahren, wie du sie gekannt hast, dann natürlich auch das Gesicht deutlich verändert. Es war das Jahr der internationalen Öffnung mit Jesenitze. Die VEU war nicht mehr mit dabei. Also schon vieles anders als das letzte Mal, wie du auf Österreich mal gespielt hast. Wie sehr hast du mitverfolgt, was sich im heimischen Hockey tut? Ich habe genau gewusst, wie es zu Hause abläuft, weil du natürlich über das Internet immer up-to-date bist und schaust, wie sich Klubs tun und schlagen. Vor allem den KAC immer viel verfolgt. Und dann mit Salzburg ist eben eine neue Mannschaft in die Liga gekommen, zu der Zeit, wo ich in Schweden war. Und es war eigentlich immer interessant, weil ich Red Bull einfach verfolgt habe und einfach schauen wollte, wie die tun. Und ja, bevor ich nach Salzburg gekommen bin, sind sie bis ins Finale gekommen und dann haben viele gescheitert. Red Bull Salzburg war unter der Ägide Red Bull ein relativ junger Klub. Eben schon die Final-Teilnahme, aber 06-07 wurde natürlich, muss man fast sagen, spielerisch mit der Brechstange versucht, den Titel zu holen. Ich glaube, es gibt wenige Truppen, die jetzt aus Journalistensicht so viel spielerische, auch österreichische Qualität hatten. Als du dir mal so das Kaderblatt angesehen hast in der Saison 06-07, was ist dir noch in den Kopf gegangen? Dass es eigentlich ein toller Mix aus erfahrenen österreichischen Spielern ist, junger, hungriger und auch wirklich Top-Ausländer in den Reihen sind. Mit einem sehr guten Tor-Mann und einem guten Backup. Ja, da blickt man dann sehr zuversichtlich in die Saison. Der Trainer war Hardy Nielsen, ein Schwede. Du kamst aus Schweden. Inwieweit war das für dich vielleicht auch opportun, gleich wieder einen Schweden auf der Kommandobrücke zu haben? Ja, eigentlich ganz witzig, weil ich nach Hause gekommen bin, nach Österreich, von Schweden. Und einen schwedischen Trainer, der auch einen schwedischen Co-Trainer gehabt hat, war es eigentlich cool. Ich habe ein paar Wörter schwedisch mit ihm gewechselt und da war das Eis schon gebrochen am ersten Tag. Und mit dem Hardy haben wir uns immer gut verstanden. Und das ist auch heute noch so. Für dich war die Saison eine der, also die produktivste in deiner gesamten Zeit in Österreich. 30 Tore, allein im Grunddurchgang insgesamt 14 Powerplay-Tore, was immer noch deine Karriere-Bestmarke ist. Warum ist es da in diesem Jahr dir so gelaufen? Ja, also ich war natürlich zwei Jahre in Schweden, wo das Tempo extrem hoch war. Und da habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung gehabt und Ausbildungsjahre genossen. Und dann bin ich eben nach Österreich gekommen, wo vielleicht das Tempo und die Qualität nicht so hoch ist. Was noch dazu kommt, wir haben eine super Linie gehabt mit Dieter Kalt und Matthias Stratnik. Die Linie hat einfach alles gehabt, was es braucht, um produktiv zu sein und Tore zu machen. Und rund um und um die ganze Mannschaft hat einfach funktioniert. Der Trainer hat genau gewusst, wie er ein Spiel angreifen muss. Und wir waren einfach die erste Linie, die am meisten Eiszeit gekriegt hat, immer forciert worden ist. Und dann kommt eben sowas zustande, wenn es auch funktioniert. Trotzdem, 14 Powerplay-Tore erklären sich ja nicht ganz von selber. Was war in dieser Saison das Geheimrezept im Spiel 5 gegen 4? Wir waren einfach die fünf Spieler, die am Eis waren, einfach Spezialisten. Der Matthias Stratnik mit seiner Kraft und mit seiner Power Träume vor dem Tor gemacht. Und den Baumann sichtverstellt, wie Kondera, der Karl Dieter, eine Waffen im Slot im Powerplay mit seinem Schuss, mit seiner Schleue, mit seinen smarten Plays. Ich auf der Half-Wall habe einige Öffnungen gesehen und die auch genützt. Und ja, auch gute Schüsse abgegeben von draußen und auf der blauen Linie an Martin Ulrich, der ein sehr überragender Verteidiger war und in den Special-Teams viel Erfahrung mitgebracht hat. Und einen Rechtsschützen, das hat mir sehr viel geholfen, der einen guten Schuss hat, einen platzierten Schuss, der andere Lackhaus. Und da waren wir einfach tödlich und das hat alles miteinander gut harmoniert. Musste Hardy Nielsen da überhaupt noch was coachen oder hätte da auch ein Martin Pfanner stehen können und sagen können, spielt einfach mal euer Powerplay? Ja, also angefangen hat es so, dass der Hardy gesagt hat, ihr fünf macht das Powerplay. Wenn es funktioniert, ist es okay, wenn nicht, dann greife ich ein. Und so haben wir das natürlich gehandhabt. Die ersten paar Spiele sind super gelaufen, Powerplay funktioniert und plötzlich kommt da ein Wochenende, wo wir überhaupt nichts zusammengebracht haben. Viel zu kompliziert und verspielt und plötzlich am nächsten Tag setzen wir uns wieder zusammen und wollen uns zusammenreden. Auf einmal kommt der Hardy rein mit seinem Kaffee in der Hand und sagt, so, her mit der Tafel. Ich sage jetzt, wie es geht. Wir schauen alle raus, der sagt, Tate, du fährst da, Dieter, du stößt dich da frei, Dago, du machst nur das und das. Lackhaus, jedes Mal, wenn du einen Buch kriegst, gibt es einen Schuss aufs Tor, wenn die Linie da ist. Und Martin Ulrich, du bewegst dich noch mehr, attackierst das Tor auf dem langen Pfosten. Und das macht sich jedes Powerplay, genauso wie ich das sage. Und nimmt die Tafel und es weg und geht raus. Wir haben natürlich wortlos dort gesessen, jeder die Stirn grunzelt. Und ja, dann machen wir halt so, wie der Hardy sagt, nächstes Spiel gegen Wien. 3-0-Führung, bald einmal da gewesen, drei Powerplay-Tore. Und dann sitzen wir auf der Bank, maßen noch mit dem Dieter und mit dem Tate und sagen, der Hardy Nielsen, der alte Fuchs, der weiß ganz genau, wie man Powerplay spielt. Und hat uns wieder einmal gezackt und uns wieder einmal auf den richtigen Weg gebraucht. Gibt es in dieser Saison, in der Salzburg natürlich dominiert hat, unfassbar hohen Offensiv-Output hatte, trotzdem Spiele, die für dich herausstechen jetzt im Grunddurchgang? Ach, nein, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wir haben sehr viel zu Hause gewonnen. Bis auf ein Spiel haben wir vielleicht den Overtime verloren. Aber heimstark waren wir extrem. Und ich glaube, die größten Schwierigkeiten haben wir auswärts in die Sinize gehabt. Warum auch immer. Das war einfach unerklärlich. Weil, ja, da waren die Kabinen in der Sprachung immer sehr lauter noch. Mit der Nieler von der Sinize haben wir gefahren. Da sind wir schon runtergefahren mit einem unguten Gefühl. Und da hat uns einfach, der Boden hat uns einfach nicht gefallen. Das weiß ich, da haben wir uns sehr, sehr schwierig getan. 2006, 2007 ging es dann in den Playoffs direkt mit dem Halbfinale los. Das hat für Salzburg am Papier relativ leicht ausgesehen. Das war ein Clean Sweep gegen die Vienna Capitals. Und es ging dann im Finale. Und damals waren die Pole im österreichischen Eishockey, beziehungsweise die Kampfgewichte noch ein bisschen anders verteilt, gegen Villach. Im Jahr zuvor ist Salzburg daran gescheitert. Da war natürlich die eine oder andere Figur aus dieser Serie noch mit im Kader. Wie ist man in diese Serie gegangen? Wie hat man versucht, Villach zu biegen und den ersten Titel der Red Bull-Ära zu holen? Ja, es war natürlich eine riesen Anspannung, weil einige Spieler noch in der Mannschaft waren, die im Vorjahr im Finale gescheitert sind am Villach. Und die haben natürlich genau gewusst, was Villach für Qualität in ihren Reihen hat. In diesem Finale aber haben wir ein tolles Jahr, eine tolle Saison gespielt und mit einem gewissen Selbstvertrauen ins Finale gekommen, das uns fast einen extra Boost gegeben hat. Wir waren einfach mit so einer breiten Brust da und von hinten angefangen. Eine reine Divis im Tor, eine Weltklasse-Torhüter, noch einen Garand Besiner als Verstärkung für die Playoff bekommen. Einen Abwehrschiff finden, der uns noch einmal Stabilität und Offensiv-Akzente gebraucht hat. Und vorne die Sturmreihen mit einem Frank Benham, der aus dem Nichts-A-Tor, man kann nicht kennen, ein Juhal Lind, ein Marco Beewall, da waren schon Namen, die Erfahrung gehabt haben und gewusst haben, was es braucht, um zu gewinnen. Und dann noch auf der Bank an Hardy Nielsen, der aber sein richtiger Fuchs ist, der uns noch die ein oder andere Feinheit einbringen kann in so einem Finale. Also wir haben gewusst, Erfahrung haben wir genug, wir müssen uns nur noch aufs Eis bringen und dann haben wir eine gute Chance, dass wir auch ein Finale gewinnen können. Diese Finalserie ist eine der berühmter, berüchtigteren Finalserien in der Geschichte des österreichischen Eishockeys. Ihr habt einen deiner Weggefährten gebeten, eine kleine Einschätzung dazu abzuliefern und der liebe Rainer Divis hat das getan. Um zur Finalserie zu kommen, 2006, 2007, die meiner Meinung nach einer der schmutzigsten im österreichischen Eishockey war, die es je gegeben hat, da würde ich gleich gern mit einem Vorurteil aufräumen, beziehungsweise mit einem Ruf, den der Domi Koch, leider Gottes, von den gegnerischen Fans, will ich betonen, und den gegnerischen Spielern oft aufgepumpt bekommt, und zwar, dass er wehleidig ist oder der Schwalbenkönig ist, was meiner Meinung nach gar nicht stimmt, weil es gibt keinen Spieler in der Liga, der so abgeklopft wird oder gegen den so hart gespült wird wie in Domi Koch, weil sie einem natürlich die Freiheiten nehmen wollen und hineinschüchtern wollen, was aber nur sehr, sehr, sehr bedingt funktioniert, weil man, wie ja alle mitgekriegt haben in den letzten 20er, ist ja der dominante Spieler in der österreichischen Eishockeyliga gewesen, und zwar war das Bayern-Auswärtsspiel in Villach, ich weiß jetzt nicht, ob es das zweite oder das vierte Spiel war, das kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber zuvor ist eben der Gregor Arthursen gegen die Bande gecheckt worden, hat sich leider sein Gesicht gebrochen, ist mit der Trage rausgeführt worden und ins Krankenhaus eingeliefert worden und kurz darauf war das, glaube ich, ist der Domi Koch zum Pulli gefahren und der gegnerische Mittelstürmer hat ja mal angetragen, I break your face, und das hat er leider auch wahr gemacht, seine Lippe war komplett offen, hat nicht genäht werden müssen, sie war ein paar Zentimeter angeschwollen, was nach außen sehr gut sichtbar war und was nicht gesund ausgeschaut hat, aber er hat nicht gejammert, hat ganz normal fertig gespielt, hat sich nicht beschwert, hat so gespielt, wie wenn nichts passiert war und war auch natürlich hauptverantwortlich mit Spielern wie in Matthias Tratnik oder in Dieter Kalt, dass wir damals die erste Meisterschaft für Salzburg eingefahren haben. Warum war diese Serie so schmutzig? Warum sagt jemand wie Rainer Diebes, der wirklich viel gesehen hat, das ist die wahrscheinlich schmutzigste Serie, die es im österreichischen Eishockey gab? Ich glaube einfach, damals war noch dieser Wechsel von diesem Hooking und Halten und Blocken und jeder Spieler hat 100 Kilo und muss Banken drucken können, da war einfach mehr Fouls auch dabei. Und da in diesen Jahren war genau dieser Umschwung, wo dieser Wechsel gekommen ist von diesen harten, überharten Aktionen am Eis ins schnellere, technisch versiertere, bessere Eishockey und auch für die Zuschauer schöner zum Anschauen. Und in dieser Finalserie ist es wirklich sehr hart zur Sache gegangen, weil du damals einfach noch gewisse Zeichen aussetzen können mit solchen Aktionen und da war einfach der Strafsenat noch nicht so professionell aufgestellt wie heute. Jetzt ist dieses eine Spiel, das Rainer Diebes anspricht. Weißt du, welches es ist? Weil er konnte nicht mehr ganz zuordnen, war es jetzt Finale 2 oder Finale 4? Ich kann mich noch an die Situation erinnern, aber was für ein Spiel es war, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, es war in Villach. Die Situation, wenn du dir jetzt vor Augen ruchst, die, die sie nicht vor Augen haben, was ist, was ist da genau passiert? Ich glaube, wir haben ein 5 gegen 3 überzeugt bekommen in Villach, ein riesen Wirbel in der Halle und wie es halt so ist, man braucht ein bisschen länger, bis man sich aufsteht beim Bulli und der Spieler gegenüber sagt mir halt, ja, I break your face. Diese Drohungen habe ich in der Karriere schon einige Male gehört, also nicht schöne Sachen, aber ich habe mir gedacht, da will mir einfach nur Angst machen, dass ich das Bulli verliere und mich einschüchtern. Das ballt an mich ab, als wenn ich es nicht gehört habe. Ich habe natürlich so getan, als wenn ich nichts hörte und habe mich nichts anmerken lassen und wie der Schützrichter die Scheiben reinhaut, ist einfach schwarz geworden und ich habe einen Schmerz im Gesicht verspürt und habe sozusagen den Schläger vom anderen gefressen und ja, habe einen Cut gehabt und eine fette Lippen, aber in den Jahren zuvor habe ich auch dazugelernt und das waren auch viele alte Spieler, die gesagt haben, du musst mit Schmerzen umgehen, das gehört dazu und das sind eben einfach die richtigen Winnertypen, die nicht immer 100% spielen und da über die Schmerzgrenze hinausgehen können, um der Mannschaft zu helfen und somit war für mich das aufgelegt, dass ich einfach schnell gehe in die Kabine, der Arzt mich wieder zusammenfliegt und sobald die Nähte wieder drin sind, ich rausgehe aufs Eis und weiterspiele, als wäre nichts gewesen gewesen. Der Spieler war damals Dengottier, wenn du das richtig im Kopf hast, gab es da dann in irgendeiner Form, vielleicht auch Wochen, Monate, Jahre später eine Aussprache oder gibt es da immer noch etwas, das zu besprechen wäre, wenn man sich wieder sieht? Absolut gar nichts. Er war ein ausgezeichneter Spieler, ein super Spieler, er hat die Mannschaftsworten getragen und die Emotionen kochen einfach hoch. Vielleicht war Frust dabei, weil sie eine Unterzahl gehabt haben, aber das ist vorbei. Die Sachen passieren, vielleicht in der Art und Weise gehört es nicht dazu, aber über das wird einfach nicht mehr gesprochen und das ist vorbei. Wir haben die Serie gewonnen, wir sind Meister geworden und somit war das für mich erledigt. Reinhardt, du hast auch ganz eingangs seines Statements angesprochen, also mit dem Vorurteil, aufräumen möchte, dass du zu weich oder nicht hart genug bist, weil du als einer der Difference Maker immer abgeklopft wirst. Wie fühlt sich das an, zu wissen, du hast eigentlich hier Bullseye on your back und du wirst immer Fokuspunkt sein, du wirst immer derjenige sein, der auf den draufgekaut wird? Ja, ich bin einfach ein Spieler, der viel die Scheibe hat und viel produzieren, versucht, sagen wir mal, und in den ersten Jahren, als ich in die Kampfmannschaft gekommen bin, da war ich einfach noch gebrechlicher, mit 16, 17, 18, bist du körperlich noch nicht so ausgebildet und unter Anführungszeichen auch absolut wehleidiger. Und ja, natürlich bin ich dann auch teilweise vor Schmerzen liegen geblieben und da sind wir natürlich angerechnet worden. Aber wenn er faul gepfiffen wird, dann war es ja auch zurecht. Und im Laufe der Karriere einfach willst du das besser machen, sozusagen die abklopfen lassen, ohne hinzufallen und trotzdem noch den richtigen Play machen oder den Pass, den tödlichen zu spielen. Und das habe ich dann in den weiteren Jahren einfach besser umgesetzt, als wie in den Anfangsjahren. Und deswegen kommt eben so ein bisschen ein Ruf zusammen, aber den habe ich dann eigentlich abgelegt, wo ich älter und stabiler geworden bin und ein bisschen eine dickere Haut gehabt habe. Dass du den Meisterpokal bis dato schon dreimal heben dürfen im Dress des KAC, wie hat das sich angefühlt, auf einmal in einem in Anführungszeichen fremden Dress den Pokal zu stemmen? Ja, extrem toll. Es war ein Ziel von mir, einmal mit einer anderen Mannschaft den Meistertitel zu gewinnen. Nachdem ich eben schon dreimal geholfen habe mit dem KAC, habe ich gedacht, für Salzburg den ersten Meister in der Geschichte zu erreichen, ist sicher eine tolle Geschichte und eine tolle Erinnerung. Und Gott sei Dank hat das funktioniert und da geklappt und war ein Riesenstolz in dem Moment. Gibt es eine Phase, einen Moment in diesem Jahr 2006, 2007 in dieser Saison, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, im Moment kann ich keine besondere Phase rausstreichen, aber es war sicher die eine oder andere coole Partie dabei, wo wir als Mannschaft noch einmal richtig gut gezogen haben und dann Sieg an Land gezogen haben, aber eins war sie nicht besonders. Vielleicht hast du irgendwas im Kopf? Es war eventuell mit einem kleinen mit dem Versuch einer Steilvorlage. Es gab in der sehr produktiven Ära Red Bull Salzburg für dich deine produktivsten vier Spiele. Du hast vom 14. Januar 2007 bis zum 23. Januar also de facto nur acht Tage eine der produktivsten Serien oder zu neun Tagen sind es deiner Karriere gehabt. Weißt du noch, was da passiert ist? Nein, überhaupt nicht. Die sind in vier Spielen und neun Tagen 13 Punkte geglückt. Fünf Tore, acht Assists und das gab es vorher noch nie und danach nie wieder. Geht das an einem tatsächlich vorbei oder hält man mal kurz in und denkt sich, eigentlich weiß ich zwar nicht, wie viel es wirklich ist, aber eigentlich läuft es gerade richtig gut. Also heute weiß ich das nicht mehr. Damals habe ich sicher gewusst, im Moment klappt es richtig gut und ich bin hot. Heißt man so, sagt man so in der Fachsprache, wenn du auch das Selbstvertrauen hast schon, wenn du die Chance kriegst, dann zögerst du keinen Moment mehr und weißt, wohin du den Buck schießt und der geht rein. Wenn du hot bist, dann ist das einfach so und in diesen Tagen habe ich das Gefühl sicher öfters gehabt, aber ja, natürlich fühlt man sich da dementsprechend, aber dass ich das jetzt weiß, wie viele Teure und wie viele Punkte in den Tagen gemacht habe, speziell in der Zeit, das weiß ich heute nicht mehr. Thomas Koch kehrt 2006, 2007 nach Österreich zurück. Thomas Koch stemmt die Trophäe des Erste Bank Eishockey-Liga-Meisters in den Salzburger Nachthimmel und dann folgt die Ära Pierre Paget. Das nach einer kurzen Pause. Hockey O'clock bedankt sich bei HockeyData für die Unterstützung. HockeyData Better Stats Better Sports HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Du organisierst eine Liga oder ein Turnier für Eishockey, Inline-Hockey, American Football oder E-Sports? Dann triffst du mit den Softwarepaketen von HockeyData die richtige Wahl. HockeyData Plugin Your Game Effektive Tools garantieren die einfache Verwaltung von Modus, Spielplan und Ergebnissen sowie den Kaderimport in Minutenschnelle. Halte deine Fan-Community und die Medienwelt mit dem HockeyData Website-Plugin und den vielfältigen Statistik-Widgets stets top informiert. Besuche HockeyData auf www.hockeydata.net facebook.com slash HockeyData oder auf Instagram at HockeyData und erhalte mit dem Kennwort HockeyO'clock 5% Rabatt auf dein Turnierpaket. HockeyData Better Stats Better Sports Hardy Nielsen verlässt Red Bull Salzburg als Meistertrainer. Ab wann standen die Zeichen auf Abschied? Ich glaube, das war bald einmal nach dem Gewinn der Meisterschaft. Da hat es geheißen bei Salzburg, wir wollen auch junge Spieler ausbilden und jungen Spielern die Chance geben, einen Platz in der Kampfmannschaft zu erreichen und der Hardy war einfach ein Championship Winning Coach. Er hat einfach Mannschaften zusammengestellt, die die Meisterschaft gewinnen und da ist natürlich ein bisschen die Jugendarbeit hinten geblieben. Und da hat man einen Mann gesucht, der sich viel traut, sich weit rauslehnt und jungen Spielern die Chance gibt und vor allem viel Eiszeit um sich zu beweisen und dann hat man den Herrn Paget nach Salzburg geholt. Bevor wir zu Pierre Paget kommen, die Liga hat sich erneut selbst einen kleinen Facelift verordnet. Es gab zwei weitere Neuzugänge in diesem Jahr. Es kamen Olympia Ljubljana und Feherberg Ava 19 in die Liga hinzu. Wie hast du diese Internationalisierung, diese Fortschreitende der Liga miterlebt und gesehen? Ich habe es positiv aufgenommen. Ljubljana hat immer gute Mannschaften gebracht und hat immer gutes Eishockey gespielt und Feherberg war eben der Klub, wo ich mein erstes Meisterschafts-Tor geschossen habe mit dem KAC als ich 16 Jahre alt war. Ich habe eine gute Erinnerung gehabt, deswegen habe ich das alles positiv aufgenommen und war froh, dass zwei weitere Klubs in die Liga gekommen sind. Es gab vor der beginnenden Spielzeit, auch vor dem Wirken von Pierre Paget eine große Kontroverse. Es gab ja auch schon während der vergangenen Saison viel Kritik an Red Bull Salzburg, an der immensen Spielstärke, an dem Talent, das eine Mannschaft vereinen konnte. und auch auch als Reaktion darauf wurde von den Verantwortlichen der Liga ein Punktesystem, die Punkteregelung, sondern auch Jahre später ein Buch mit sieben Siegeln für viele Medienvertreter, das auch weiterhin nicht transparent gemacht wird, auch für alle Fans. Nachvollziehbar ist, wie ist dir, euch, in der Kabine, vielleicht dann auch bei Vorbereitungen dieses Punktesystem näher gebracht worden? Eigentlich kurz und bündig. Es hat geheißen, jede Mannschaft darf so und so viele Punkte haben, jeder Spieler wird über ein System festgelegt und so und so viele Punkte wert. Und wenn du Spieler bist, bist du eigentlich nur Passagier. Du kannst nur schauen, dass du einen Vertrag bekommst bei dem Klub oder bei einem Klub und dass du spielen darfst. Das System und die Aufstellung und die Wertigkeit eines Spielers mit einem Punkt zu bewerten oder mehr war einfach was Neues für uns alle und haben das einmal einfach anlaufen lassen. Was waren für dich die Lehren aus der Punkteregelung, die immer noch oft Gegenstand von Diskussionen ist? Positiv sowie auch negativ es last gewisse Schlupflöcher damals noch mehr als heute offen dass Vereine mit sehr viel Ausländern auftreten können aber auch gezwungenermaßen weil es vielleicht zu wenig österreichische Feuerkraft gibt die gleichwertig sind und so ist es eben auch für andere Klubs eine Chance eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen wie in den Vorjahren. 2007 2008 Auftritt Pierre Paget eine auch in der NHL schon immer wieder durchaus streitbare Figur dein erstes Treffen mit Pierre Paget Ich war in Klagenfurt habe im Sommer noch in Klagenfurt trainiert und plötzlich kriege einen Anruf und bekannte Nummer und der sagt auf den anderen Seiten ja hi ich bin der Pierre Paget bist du in Klagenfurt ja ich bin am Weg hast du Zeit willst du dich mit mir treffen ich will jeden Spieler kennen lernen ich war zuerst auch das als Schmäh dass der von Salzburg nach Klagenfurt fährt und einfach auf einen Kaffee kommt aber er hat sich diese Arbeit angetan und ist nach Salzburg gekommen und ich habe mich mit ihm auf den Nachmittag getroffen in der Stadt in Klagenfurt und der hat mir natürlich sofort erzählt was er alles vorhat mit der Mannschaft was seine Pläne dass das ganze Training intensiver wird und noch mehr machen wollen und was für ausgeklügelt System wir haben werden was ich noch nie gesehen habe und noch nicht kenne und ja dass ich 300 Bucks am Tag schießen muss um meinen Schuss zu verbessern und 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 aber alles wird auf dich zukommen wenn du nach Salzburg kommst es steht schon alles in den Startlöchern komm einfach ready raus und dann beginnt unsere gemeinsame Arbeit Inwieweit bereit hast du dich vor Treffen oder nach verlautbarten Verpflichtungen auf neue Trainer vor hast du ein wenig Hausaufgaben gemacht gehabt in puncto Pierre Paget was hast du vorher schon über ihn gewusst bevor es zu diesem ersten Treffen kam also damals habe ich überhaupt gar nichts über ihn gewusst es war für mich oder er war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt ich habe mir gedacht der macht sich da den Weg nach Klagenfurt auf und trifft für mich war das außergewöhnlich weil die Trainer die ich davor kennengelernt habe die habe ich immer in der Stadt getroffen oder kennengelernt wo ich auch unterschrieben habe oder gespielt habe er sagt dir in Klagenfurt was er will was er erwartet es kommt dann über kurz oder lang zum ersten Training wie hat sich das dann tatsächlich gestaltet ja es war für uns alle etwas Neues das kann jeder Spieler sagen die Art und Weise wie ein Training geführt wird die Kommunikation das Training an sich selber das davor und danach das viele Radfahren die Ausdauereinheiten es war fast das Off-Eistraining sprich in der Kraftkomma und am Rad am Heimtrainer gewichtiger als das ganze Eistraining die körperliche Fitness ist bei ihm im Vordergrund gestanden und das haben man zusammen mit dem Dr. Banzal in Thalgau betrieben und die Eistrainings waren eigentlich gar nicht das Anstrengende eher die Einheiten abseits des Eises diese anstrengenden Einheiten abseits des Eises klar Pierre Paget misst dem Ganzen viel Wert so war das dann vielleicht auch der Grund warum dann in manchen Spielen die letzte Feuerkraft auf einmal gefehlt hat kurioserweise Salzburg nämlich in keiner der beiden Runden ganz vorne mit dabei gewesen die Hauptrunde damals von Linz gewonnen in der oberen Runde waren dann die Capitals die erfolgreichste Mannschaft ging natürlich trotzdem in die Playoffs aber hatte das was miteinander zu tun er hat immer von einem Plan gesprochen er hat immer gesagt wir sind auf Plan wir haben einen Plan den wir verfolgen wir werden den Plan durchziehen komme was wolle er hat recht selbstbewusst geklungen und auch in Zeiten wo es wirklich schwierig war hat er immer auf diesen Plan verwiesen und hat gesagt wir trainieren für die Playoff wir trainieren nicht jetzt dass wir im September im Jänner im Februar spritzig sind und die Gegner in Grund und Boden fahren wir wollen dann am Ende der Karriere wo teilweise Mannschaften ein bisschen abbauen und ein bisschen Tribut zahlen dass wir dann zu der Zeit on top sind und an das haben wir Spieler geglaubt und das war sein Konzept das er durchgezogen hat jetzt kann man wahrscheinlich auch durchaus euphemistisch Pierre Paget als Kauzig bezeichnen gab es einen Punkt vielleicht wenn noch nicht in der Saison sondern einer der Nächsten wo du gedacht dass Pierre Paget ein spannender spezieller Trainer Ja diese Punkte hat es mehrere mehrfach gegeben in diesen vier Jahren wo ich ihn genießen habe dürfen es hat da zig Situationen gegeben wo wir mit der gerunzelten Stirn drin gesessen sind und überlegt haben was meint er jetzt was ist da die Idee was ist der Gedanke dahinter funktioniert das aber er war so besessen von seiner Illusion und von seinen Vorhaben dass es einfach schon überzeugend geklungen hat und mir es einfach mitgemacht haben die ganze Mannschaft ist vielleicht der Zeitpunkt für meine Wenigkeit eine kleine Pierre Paget Geschichte zum Besten zu geben welcher Platz eignet sich besser dazu als das Thomas Koch Spezial einfach nur um vielleicht auch aus Sicht eines Medienschaffenden zu zeigen wie Pierre Paget dann eben manchmal tickt aus welchen Gründen auch immer meine Telefonnummer und während der Playoffs der Saison 2012 2013 als Gratschner und Brückler das Torhüter-Duo in Salzburg war hielt er meine Nummer aus unerfindlichen Gründen für die von Bernd Brückler und er hat mir wirklich jeden einzelnen Tag geschrieben Bernd Luca starting tomorrow at 10 und es war mal so unangenehm eigentlich war es natürlich cool immer schon zu wissen hey cool wir übertragen die Partie und das wird der starting Goaltender sein und andererseits bin ich getraut zurück zu schreiben und irgendwann war es dann so weit dass ich nicht mehr wusste was machen und es hat dann auch aufgehört weil Salzburg in dieser Serie ausgeschieden ist aber nicht die einzige spannende Episode für Medienschaffende und wahrscheinlich auch viele Geschichten die Spieler mit ihm oder viele spannende Episoden die Spieler mit ihm erleben durften ja absolut also der Pierre war ein ganz besonderer Trainer man kennt eben viele Geschichten über ihn und es wird vieles gemunkelt aber er hat auch seine guten Seiten gehabt ich kann mich noch gut erinnern wo wir zu einem Liga Meeting nach Wien fahren haben müssen um sechs Uhr in der früh steht das Auto bereit es war ein Chauffeur beordert und ich komme sechs hin und der erwartet mich mit Kaffee und Frühstück drückt und drückt mir seine Hand und sagt iss trink du musst bereit sein auch wenn wir heute den ganzen Tag mit Medien zu tun haben aber gut trinken gut essen ist das Wichtigste und bereite dich vor aber es werden viele Fragen auf dich zukommen und nimm gleich den Vordersitz den Beifahrersitz dass du da gemütlich und Beinfreiheit hast also er hat auch gute Züge gehabt und da das Herz am richtigen Fleck teilweise wo du gesagt hast schau schau der hat da eine menschliche Seite jetzt war Pierre Paget natürlich sehr viel an Cirque du Soleil Hockey gelegen er wollte Eishockey Messis und Ronaldos kreieren da gibt es viele legendäre Interviews und das aber mit der Implementierung eines Systems das es in dieser Art und Weise wahrscheinlich nicht allzu oft gegeben hat in der Eishockey Welt 5 men no position wann was ist es wann wurde es implementiert er ist da in der Vorbereitung auf uns herangetreten und er gesagt wir versuchen ein neues System mit viel Eis laufen wir sind ein eisläuferisch sehr starkes Team und wir wollen dieses 5 men no position sprich 5 Spieler haben keine Position spielen wir haben uns natürlich verdutzt angeschaut wie soll sowas funktionieren da rennt der Verteidiger vor da stürmen wir uns hinter wie sollst du das jemals unter den Hut bringen am Eis das geht so schnell du musst innerhalb von Hundertstel entscheiden was du machst und so haben wir die Vorbereitung angefangen 5 men in Opposition und ich kann mich gut erinnern der Matthias Tratnik ist damals umfunktioniert worden zum Verteidiger für ihn war das natürlich ein grünes Licht sich jedes Mal in den Angriff einzuschalten aber wenn da mal ein Fehlpass passiert ist oder der Buck nicht im Tor gelandet ist ist die Post nach hinten abgegangen und da haben wir dann Vorbereitungsspiele gehabt wo noch im ersten Drittel der Reini Divis in der Kabine getobt hat und hat gesagt hey Boys ich glaube drei Solos in einem Drittel ist genug vielleicht bleibt einmal irgendeiner hinten dass ich nicht immer Solo halten muss und das war dann so zu sagen der Warnschuss dass auch Defensivarbeiten verrichtet werden müssen aber im Laufe der Zeit hat dann das gefruchtet und gegriffen und dieses 5 men No Position hat einigen Spielern sehr gut getan es gibt natürlich sehr viel Freiheit aber du musst natürlich auch die Mannschaft dazu haben die das umsetzen kann Jetzt ist der Center einer der intelligentesten Spieler am Eis jetzt kommt dieses System daher dass dein Eishockey Weltbild wahrscheinlich in den Grundfesten zumindest mal in Zweifel zieht wie ging es dir persönlich wie sehr war der Kopf am Rauchen Also der hat extrem geraucht weil sich ja alles im Prinzip ändert du kannst nicht mehr mit deiner Sturmlinie so arbeiten wie du es gewohnt warst die letzten Jahre und die ganzen Matches gespielt hast weil plötzlich baut sich ein Verteidiger ein und du als Center musst ihn sozusagen abdecken und Defensivarbeit verrichten und das war damals so der Fall und das war eine riesige Umstellung für mich und die ersten paar Spiele kann ich mich erinnern ich habe Gegenteile gekriegt an Maß aber dann ist der Zeit gekommen wo du einfach viel mehr weißt was rund um dich passiert wo du viel heller bist im Kopf und schaust wo deine Mitspieler sind und auch sich einschalten und dann hat man das sozusagen eingeimpft und plötzlich hat das zum Greifen angefangen mit der Zeit Die Saison in diesem Jahr ich habe es vorher schon angesprochen wahrscheinlich unterdurchschnittlich für die Qualität die Salzburg Jahr für Jahr natürlich im Kader hat und in den Playoffs kommt es dann natürlich erneut das dritte Jahr in Folge das zweite Jahr mit deiner Beteiligung zum Duell mit Villach allerdings nicht im Finale sondern im Viertelfinale wie wie viel Animositäten auch aus der vorangegangenen Finalenserie waren vor dieser Viertelfinalenserie noch vorhanden Ja natürlich trifft man sich unter dem Jahr einige Male aber da waren sicher noch einige Rechnungen offen die beglichen gehört haben und war auch eine sehr hart geführte Serie aber Playoff ist immer hart Playoff wird einem da wird einem nichts geschenkt und da muss man um jeden Zentimeter Eis kämpfen und besonders Villach wo man weiß die kommen mit Vollstoff muss man sowieso immer bereit sein Die Serie ging über fünf Spiele damals im Viertelfinale Best of Five gespielt worden Gibt es eine Episode aus dieser Serie an die du dich besonders erinnerst oder ist im Endeffekt nächste Runde was da steht Ja Zu der Zeit war nur wichtig dass wir das Spiel fünf gewinnen und weiter ins Halbfinale einziehen Das dann relativ ereignisarm aus Sicht der Salzburger für lief Clean Sweep gegen die Capitals Ja vielleicht hat uns die Serie gegen Villach so geprägt und so eingestellt dass wir schon richtig auf Zug waren und mit Selbstvertrauen dort gekommen sind und dann kommt einfach ein Sweep zustande wobei die Capitals auch eine sehr gute Mannschaft gehabt haben Passiert das manchmal in Serien dass quasi eine Serie dir Push für die nächste mitgibt Absolut wenn man mal Spiel sieben oder in dem Fall Spiel fünf spielt und du keine Zeit hast um runterzufahren und nachzudenken bis zum nächsten Spiel ist es oft von Vorteil wenn man in der Zeit einfach nur ein kurzes Training dazwischen hat ein zwei Tage regeneriert und dann in diesem Spielrhythmus drinnen ist und diesen Flow beibehaltet Der Clean Sweep gegen die Capitals du dort auch drei Tore verzeichnet zweimal sogar die Game Winning Goals oder die Hälfte der Siege wenn man sie will gehen auf dein Konto aber ganz ohne Schlagzeilen geht es ja dann doch nicht ging es bei Red Bull Salzburg auch selten es folgte eine Finalserie die ebenso berüchtigt ist wie die vorangegangene aber aus anderen Gründen warum Ja es ist einfach immer heiß zur Sache gegangen und Red Bull Salzburg war damals einfach immer speziell und immer im Rampenlicht viel Kritik und viel Prügel einstecken müssen und das war einfach es hat sich durchgezogen über die ganze Saison und ist dann im Finale dann richtig rausgekommen auch Im Finale ging es gegen Olympia Ljubljana und da ist es eigentlich erst in der zweiten Hälfte der Serie richtig pikant geworden kannst du dich noch an die an die Ereignisse des Sommers 2008 erinnern Nicht mehr im Detail ich kann mich nur erinnern dass es einiges am grünen Tisch zu entscheiden gegeben hat Leibach Fehler gemacht hat mit der Aufstellung dieses Punktesystem hat dann wirklich einmal einen großen Ausmaß gehabt in dieser Serie und ich weiß nur dass Leibach mit zu vielen Punkten aufgestellt war und ein Spiel absolviert hat und dadurch sind wir zum Handkurs gekommen Das Finale Vier wurde oder aus einem Finale Vier Sieg für Ljubljana wurde eine Strafverifizierung und damit ein 5 zu 0 für Red Bull Salzburg Wenn ich mich recht entsinne hat die Ljubljana Mannschaft das erfahren am Weg zum nächsten Spiel und wenn dann eine Serie natürlich wenn ein Sieg in eine Serie schifftet dann kann das schon mal auch Unmut verursachen Salzburg bestreitet diese Serie schließlich unendlich erfolgreich zweiter Titel in Folge aber ist da vielleicht auch schon das zarte Pfänzchen entstanden oder gepflanzt worden in einer Playoffserie Ljubljana und Salzburg gesagt hat Ja ab dem Zeitpunkt wo wir sozusagen teilweise am grünen Tisch gewonnen haben und die Meisterschaft nach Salzburg geholt haben ist diese dieser Kampf zwischen Ljubach und Salzburg immer brisanter geworden und die Emotionen waren schon extrem hoch bevor es überhaupt los gegangen ist in jedem Spiel und der Hass war ganz schön groß wenn wir in Ljubach oder Ljubach bei uns aufgetreten ist das stimmt schon zweite Saison zurück in Österreich zweiter Titel inwieweit sich der Titel 7-8 von dem 6-7 abgehoben waren beide gleichbedeutend einer von beiden spezieller ich glaube der erste war vielleicht spezieller weil es einfach in der Geschichte der erste Titel für Red Bull Salzburg im AS-Hockey war da haben wir einfach noch mit dem Herrn Mateschitz der ist im Wibraum gekommen und der hat uns gratuliert ganz was besonderes geleistet aber dann im zweiten Jahr den Titel zu verteidigen und dem ganzen Druck standzuhalten war auch ein riesengroßer Erfolg aber ich glaube der erste weil es eben das erste Mal in der Geschichte war hat er den Vorzug In Salzburg weiß man ja dass früher intensiver gearbeitet wird und auch wieder mit der Arbeit im Sommer begonnen wird in Salzburg weiß man aber auch gibt es dann auch immer wieder spannende spannende Ausflüge und auch Teambuilding Seminare Eines davon ist dir sehr gut in Erinnerung geblieben weil es dann wahrscheinlich doch nicht das ganz alltägliche Teambuilding ist Na also das werde ich sicher nie vergessen das war Anfang des Jahres und die Teambuildings davor haben eben ausgeschaut du kriegst ein Mannschaftsessen gezahlt in irgendein Gasthaus die Spieler sitzen zusammen trinken vielleicht noch ein zweites und ein drittes Getränk dazu und lass den Abend ausklingen und gehst wieder heim und in dem Jahr hat es geheißen wir bekommen einige neue Spieler wir wollen ein Team formen das durch die Kontin geht und wir werden uns ein besonderes Teambuilding einfallen lassen und zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht das wird schon sein großartig und plötzlich kommt die Nachricht wir fliegen mit der Red Bull Maschine mit dem Flieger vom Herr Mateschitz nach Monza zum Formel 1 Rennen bekommen bekommen Vip Backstage Passes sozusagen Eintritt in jede Kabine im Formel 1 Zirkus und sind mit der ganzen Mannschaft mit dem Privatflieger nach Monza geflogen und haben dort ein Formel 1 Rennen anschauen dürfen sind in der Boxengasse davor auf und ab gegangen waren überall dabei der Clean damals ist für Red Bull Racing gefahren und hat uns das Lenkrad erklärt mit diese 100 Knöpfe drauf was für was zuständig ist war wirklich interessant und vor allem das Auto anzuschauen aus nächster Nähe das ganze Team was sich da abspielt in den Boxengassen dann dann gehst weiter zu Ferrari das Auto hast auch angeschaut und auf einmal steht der große Herr neben dir es ist der KK der was damals beim AC Milan gespielt hat also unglaublich wie es da abgegangen ist und KK hat sich gedacht boah cool Thomas Koch ich glaube das gleiche hat er sich auch gedacht und dann hat er mich gefragt ob er ein Foto machen will aber ich war dann so unter Druck und habe gleich weiter müssen zum nächsten Rennstall deswegen gibt es keins und es war einfach ein Riesenerlebnis und die ganze Mannschaft alle Spieler waren begeistert das einmal zu sehen und dann beim Heimflug nach dem Rennen ja waren nur Gespräche was alles erlebt was alles gesehen worden ist und das war wirklich ein Teambuilding allerfeinster Klasse das Teambuilding wahrscheinlich nicht unwesentlich weil Salzburg besonders im Importbereich stark verändert war beschreibt diesen diesen Umbruch mal das war auch so ein ein Denken von Pierre Paché er wollte einfach immer Spieler in die Mannschaft holen die hungrig sind etwas zu erreichen und zu gewinnen und er hat gewusst er hat jetzt zwei Jahre hintereinander also ein Team das zwei Jahre hintereinander Meister geworden ist und da hat es gewisse ja Auswechslungen geben aber trotzdem das Championship Winning Team sagt man eigentlich das hat etwas erreicht das ist durch dick und dünn gegangen das kaltet man zusammen wenn man die Chance hat kaltet man alle zusammen aber sein Gedanke war ein ganz anderer er wollte einfach das hat er mir mal gesagt 25% der Mannschaft will er austauschen um frisches Blut reinzubringen um wieder Hunger reinzubringen neue Charaktere neue Typen in einer Mannschaft und auch entsprechend auf System zugeschnittene Typen die da den Unterschied ausmachen können und deswegen war eigentlich ein großer Wechsel an Ausländern in Salzburg immer vorhanden das ist so Saisonbeginn ganz klein wenig wie sitzen bleiben in der Schule du kommst in eine neue Klasse oder oft in eine neue Klasse viele neue Typen wie ging es dir speziell in dieser Saison dass du eben nicht mehr so viel personelle Kontinuität im Kader hattest sondern eben viele neue Spieler junge Spieler an die du dich gewöhnen musstest natürlich ein bisschen eine Herausforderung weil du ja immer wieder von Null anfängst es sind natürlich einige Spieler geblieben mit denen verstehst du oder die kennst du aber die die neu dazugekommen sind die willst du natürlich integrieren ihnen helfen einen guten Anschluss zu finden dass sie sich gleich wohlfühlen in Salzburg und mit denen natürlich Zeit verbringen und sie auch kennenlernen es war eigentlich positiv hauptsächlich weil es kommen neue Spieler da habe ich die Erfahrung in Schweden gemacht ich bin neu rauf gekommen habe mich vorhin hinten nicht ausgekannt da war ich froh dass jemand mich mit zum Abendessen genommen hat und mir was gezackt hat und mich eingeladen hat einmal zu einem Abendessen zu sich haben zur Familie und das gleiche Gefühl habe ich dann in Salzburg gehabt das gleiche muss ich dann auch mit denen machen weil der kommt das erste Mal nach Salzburg in eine fremde Stadt kennt sich nicht aus und ich bin aber schon dort in zwei Jahren und zeige ihm einmal wo man fein essen gehen kann wo man genießen kann wo es einen feinen Kaffee gibt zum Trinken und wollte ihm einfach das Leben so schön wie möglich machen und deswegen habe ich auch verantwortlich gefühlt diesen neuen Spieler einzuweihen und integrieren in die neue Gruppe zweites Jahr Pierre Paget und es gibt ja auch diese Floskel dass bestimmte Systeme Praktiken ab dem zweiten Jahr dann auch wirklich greifen inwieweit war Five-Man No-Position im zweiten Jahr besser anders es hat teilweise ja funktioniert und teilweise ist es komplett in die Hosen gegangen das muss man echt so sagen das war einfach vielleicht schon ein bisschen abgesessen oder zu viel Freiheit für gewisse Spieler die haben natürlich das für sich genützt und hauptsächlich auf ihren eigenen Punktekonto geschaut und die Defensive ist vernachlässigt worden und das hat uns dann einiges gekostet die Saison für Salzburg wieder eine erfolgreiche es ging ins Finale gegen den KAC es ist immer noch eine der hochklassigsten Finalserien über die gesprochen wird wenn man ein wenig in den Rückspiegel erblickt wie ist es dir damals gegangen zu wissen gegen deinen Heimatklub im Finale antreten zu müssen weil die Jahre zuvor konnte man im KAC immer schön aus dem Weg gehen ja extrem emotional die ganze Geschichte weil der Tobias Eishockey erlernt sozusagen von klein auf und plötzlich komme ich da mit einer anderen Mannschaft in diese Halle und spiele der Finale die Stimmung in Klagenfurt ein Wahnsinn das weiß ich noch und kann mich noch gut erinnern da ist es richtig heiß zu Sachen gegangen mit Videobeweis und 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 es war einfach ein Gemetzel und eine richtig enge Serie die sehr lange gedauert hat Wie ist es deiner Familie gegangen die dir ja auch sehr nahe steht als auf einmal klar war der Klagenfurt wird im Dress der Salzburger versuchen dem Heimatverein das Leben so schwer wie möglich zu machen Es war nicht leicht für meine Eltern und für meine Schwester die haben natürlich jedes Spiel in der Halle mitverfolgt und waren genauso angespannt wie ich haben natürlich die Daumen für Salzburg gehalten und speziell für mich halt dass in erster Linie gesunder wieder rauskommen und auch vielleicht mit dem Meistertitel aber leider hat es in dem Jahr nicht geklappt Warum nicht? Ich glaube da waren einfach Kleinigkeiten Ich kann mich noch gut erinnern dass der KAC diesen Travis Scott als Dormann als Verstärkung für die Playoff geholt haben und der war einfach ein unglaublicher Dormann und hat in diesen Spielen den Unterschied gemacht hat einen witzigen Stil gehabt eigentlich komplett komisch aber trotzdem hast du ihm extrem schwer dageschossen und wenn du so einen Hexer hast in der Form war es einfach schwierig diese Serie zu gewinnen und haben uns im siebten Spiel gekämpft und dann hat einfach eine Kleinigkeit entschieden und haben mit 2-1 das siebte Spiel verloren Du hast wenige große Spiele in deiner Karriere verloren du hast jetzt im Rahmen des Thomas-Koch-Spezial auch schon des Öfteren angesprochen wie wichtig dir das Gewinnen ist Niederlage in Spiel 7 um den Meistertitel ist das vielleicht jetzt auch zusammenfassend eine der schwersten wenn nicht sogar die schwerste Stunde deiner Karriere schmerzhafteste Niederlage war es sicher ich glaube schon Zweiter zu werden ist immer unangenehm und dann noch in der Stadt wo man groß geworden ist und dann in ein Spiel 7 eine Finale zu verlieren mit der Silbermedaille heimzufahren da war natürlich leere Enttäuschung und bitterste Enttäuschung irgendwie drinnen und war sicher ein harter Moment für mich Spielt das dann überhaupt noch irgendeine Rolle es ist nämlich statistisch deine mit Abstand beste Playoff-Saison gewesen du hast 16 Spiele absolviert 8 mal angeschrieben 11 Versichts großen Anteil überhaupt gehabt dass es überhaupt in Spiel 7 geht ist das dann alles weggewischt oder ist es ein kleines Trostpflaster zu sagen naja immerhin war ich produktiv das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht weil ein paar Jahre danach vergisst du das sowieso aber die Erinnerung mit der Silbermedaille im Bus zu sitzen die ist heute noch da und jetzt wenn du mir nicht sagst dass das mein bester Playoff war mit so vielen Toren und Punkten weiß ich das gar nicht die schwerste Stunde der Karriere des Thomas Koch aber es gibt Licht am Ende des Tunnels gleich nach einer kurzen Pause Hockey O'clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung ein VW Kalifornien Campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden egal ob Sportler Familie oder Entdecker abenteuerlos geweckt aber kein eigener Camper wenn vorhanden dann bist du bei MyVenture genau richtig bei MyVenture kannst du dir den VW Kalifornien Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign die ausgeklügelten Details der MyVenture Campingbusse lassen keine Wünsche offen MyVenture bietet auch die passende Campingzusatzausstattung an von der Hängematte über Bettwäsche Kindersitze E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC alles kann aus einer Hand gebucht werden für alle Campingneulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit um euch auf das ultimative Roadtrip Erlebnis mit dem Campervan vorzubereiten Dein Kalifornien Campingbus von MyVenture Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer Stütz dich ins Abenteuer mit deinem VW Kalifornien Campingbus von MyVenture Alle Infos unter MyVenture .com Das ist MyVenture M-Y-V-A-N-T-U-R-E .com Die letzte Saison im alten Jahrzehnt 2009-2010 bricht an eine Saison wieder mit Pierre Paget wieder oder immer noch mit zehn Teams allerdings Innsbruck verletzte Liga Zagreb kommt hinzu Neues Land das die Erste Bank Eishockey Liga bereichert ein neues Team Medveschak ein ganz heißer Boden Was sind so deine Erinnerungen an die Bären? Ganz sicher einmal diese Massenschlägerei bei dem Spiel wo der Andy Keodo mit dem gegnerischen Daumann Christan richtig die Fäuste fliegen hat lassen Bade haben keinen Dress mehr angehabt Überall wo du hinschaut hast war eine Verei Stefan Geier ist brutalst gecheckt geworden in dem Spiel mit einer blutenden Wunde raus gefahren Ja das ist eigentlich das Erste was mir in den Kopf kommt wenn man an METWIS Zagreb denkt und auch Playoffserien und heiße Spiele die Stimmung dort ist richtig cool die Zuschauer machen richtig Druck und gehen mit also sicherlich eine Bereicherung der Liga Du hast in dieser Saison eine große Ehre übertragen bekommen die Führung des Kapitänsamtes wie ging das vonstatten? Es hat eine Wahl gegeben der Pierre Pochet hat jeden einen Zettel gegeben und dort hat jeder Spieler den Kapitän und Assistkapitän aufschreiben müssen und den Zettel wieder abgeben und dadurch die Wahl so ausgefallen ist dass ich als Kapitän gewählt worden bin von der Mannschaft habe ich die Ehre gehabt das Zeh auf der Brust zu tragen Es gibt jetzt bezüglich eine Aussage war mir lange nicht ganz sicher wo ich sie platzieren würde aber sie kommt von Daniel Welser und macht an dieser Stelle sehr viel Sinn würde ich gerne einspielen um dann danach mit dir darüber zu diskutieren Wenn ich den Thomas oder wie wir den Dago mit einem Wort beschreiben müsste so würde ich Verlässlichkeit nehmen auf dem Thomas war immer verlassen also du hast genau gewusst was du bekommst du hast dich auf ihn verlassen können er war immer ein Fahrzeigersportler oder ist noch immer ein Fahrzeigersportler abseits und auch am Eis er war nie der Lauteste im Nachwuchs und auch zu unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg ist eigentlich nie laut geworden in der Kavine hat mit seiner Einstellung gezeigt oder Leute mitgerissen und er weiß ganz genau was für Erfolg zu tun ist und nicht umsonst da steht unter Thomas Koch oder stehen so viele Erfolge und ich glaube dass sein Hunger noch nicht gestillt ist Spannende Sequenz die er uns da auch zukommen hat lassen nämlich auch deswegen weil er gesagt hat in der Kabine nie oder selten laut geworden was ja auch viel über den Führungsstil oder wie wirst du versucht den Führungsstil anzulegen es gibt natürlich die eine Sorte Spieler die alles über Schreien regelt die andere Sorte Spieler die als Vorzeigeprofi versucht das vorzuleben war das so gedacht dass du versuchst einzuzeigen wie es richtig geht irgendwie war das mein Gedanke mit gutem Vorbild heranzugehen sozusagen den Weg weisen und alle anderen mitzuziehen und professionell aufzutreten auch auf und abseits des Eises immer versuchen das Richtige zu machen und alles daran zu setzen Erfolg zu haben und bis zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere habe ich schon einige Spieler und einige Trainer erlebt und irgendwie ist mir vorgekommen die die am lautesten geschrien haben die haben am wenigsten die Mannschaft erreicht aber die Trainer Trainer und Spieler die wirklich gewusst haben worauf es ankommt die haben auch leise reden können und wenig und das hat dann richtig eingeschlagen bei der Mannschaft und bei den Spieler die haben Nielsen hat zum Beispiel nie viel geschrien oder ansprachen gehalten einfach kurz und bündig und exakt genau gesagt um was es geht und was er von uns haben will und hat fast nie große reden geschwungen andere ausgezeichnete Spieler die haben eigentlich immer nur damals gesagt wenn wirklich was gesagt gehört und das hat dann richtig Gewicht gehabt und das war eigentlich mein Leitfaden an dem ich mich immer gehalten habe und auch heute noch halte Jetzt warst du in so vielen verschiedenen Kabinen mit so vielen auch großen Egos gab es die Zeit oder gibt es jetzt Rückblick in einem Moment wo du sagst da hätte ich vielleicht einmal laut werden müssen da hätte ich vielleicht auch mal draufhauen und schreien müssen Ich habe im Nachhinein gesehen vielleicht gibt es den einen oder anderen Moment aber das bin ich einfach nicht ich bin nicht der der was laut schreit und sich aufblast und aufpustet vor der Mannschaft und da große Töne spuckt so wie der andere schon gesagt hat ich war immer eher auf der leiseren Seite und habe teilweise mehr die Einzelgespräche geführt mit den betroffenen Personen um da einen besseren Zugang zu finden im Nachhinein gesehen wäre es vielleicht sicher ab und zu an der Zeit gewesen lauter zu sein aber ich glaube trotzdem dass es noch immer für mich der richtige Weg ist weil einfach ich so bin und ich anders glaube du hast in dieser Saison eine relativ auffällige Bestmarke deiner Karriere hingelegt du hast nämlich in den ersten 19 Spielen gleich sechsmal drei Assists in einem Spiel gehabt das sind über die komplette Saison tatsächlich zehn Dreipunkt Spiele bekommen ist auch das an dir vorbeigegangen oder gibt es da vielleicht auch mal den Einfluss oder sagt Thomas bei dir läuft es wirklich gut absolut vorbeigegangen jetzt wo du das sagst ist es natürlich erfreulich ich habe nicht gewusst dass es so viele Spiele waren mit drei Punkten in einem Spiel überrascht mich jetzt eigentlich aber ist cool dass ich die Statistik einmal höre im Grunddurchgang holt sich Salzburg die zwei in der Setzliste und trifft natürlich musste ja fast so sein dann im Viertelfinale auf den KAC jetzt immer noch diese Erinnerung wir haben angesprochen die bitterste Stunde bis dato in deiner Karriere mit Niederlage in Spiel sieben in Klagenfurt und dann stehen sie auf einmal im Viertelfinale Antiporters wie war da die Gefühlslage ja natürlich wieder angespannt und gleich wie immer wenn man gegen den KAC spielt ist es immer ein brisantes Duell aber in diesem Duell wollte einfach jeder zeigen dass wir die Finalserie von vorher noch immer ja aufgeschrieben haben und teilweise in den Köpfen ist und dass wir das besser machen können und Gott sei Dank haben wir diese vierte Finalserie für uns entschieden die Serie eine total spannende weil sie mit vier Auswärtssiegen in Serie begann der KAC gewinnt in Salzburg Salzburg gewinnt in Klagenfurt Klagenfurt gewinnt wiederum in Salzburg nur dass sich dann Salzburg in Klagenfurt wieder den Sieg holte gibt es da hat das hat das einen Eindruck auf eine Mannschaft dass man sich dann irgendwann denkt warum zum Teufel können wir den Heimvorteil hier in dieser Serie offenbar kühlen Ja ganz witzig was manche Serien für eine Dynamik annehmen und diese war eben speziell so wie du sagst so viele Auswärtssiege und Auswärtsspiele vor eigenem Publikum schaffst du es nicht den Sieg zu holen und auswärts tust du es dir fast leichter warum auch immer das kann man eigentlich nicht sagen es ist jedes Spiel anders eigentlich sollte die Heimstärke da sein aber ich glaube einfach in der Playoff wenn einmal das Spiel läuft als Spieler ist es dir komplett egal ob es Auswärts oder Zuhause ist weil du einfach so fokussiert bist und so im Kampfmodus bist Und dann kommt schon wieder dieses eine Spiel 7 Natürlich es ist der 7. März 2010 es ist nicht einmal ein Jahr her dass man in Klagenfurt in Spiel 7 verloren hat jetzt ist das Spiel 7 zu Hause kurz vor dem Gang aufs Eis wie ist die Gefühlslage Ja man denkt sich nur nicht ein zweites Mal das Spiel 7 verlieren weil der Schmerz sitzt noch immer tief und man wird alles darum setzen dieses Spiel zu gewinnen und jeden Wechsel alles geben und auch die anderen Spieler so einimpfen dass da wirklich jeder bereit ist dass es da keine Ausreden danach gibt Es ging in diesem Jahr für dich statistisch gegen den KAC in durchaus elitäre Höhen 13 Spiele hast du gegen den KAC absolviert 5 Mal getroffen 13 Mal assistiert 18 Punkte gab es einen Stimmen aus Klagenfurt die gesagt haben komm Thomas hör dann aber bitte auf damit Ja natürlich ist damals die ein oder andere Nachricht gekommen aus Klagenfurt der Seite aber die habe ich natürlich nur mit einem Schmunzeln hingenommen und für den Klub für den ich unter Vertrag stehe und spiele da gebe ich natürlich alles Jetzt dürfte weil du das auch vorher schon angesprochen hast dieser Spiel-Sieben-Sieg durchaus der Boost gewesen sein um Sargweb relativ klar mit 4 zu 1 im Halbfinale zu besiegen und dann geht es im Finale erstmals für Salzburg gegen Linz Man findet sich relativ rasch 0-2 hinten Was war da los in der Mannschaft im Lockerroom wie hat der Trainer reagiert? Wir Spieler eigentlich haben uns selber zusammengesetzt und zusammengerauft Players Only Players Only da waren einfach Lieder so viele Lieder die genau gewusst haben was es braucht um so eine Serie noch einmal zu drehen Matthias Tratnik Marco Beewal Daniel Welser das waren alles Krieger die haben gewusst was es braucht um eine Meisterschaft zu gewinnen und so einen Rückstand noch aufzuholen und haben natürlich ein gewisses Selbstvertrauen noch immer ausgestrahlt zu der Zeit aber immer 0-2 hinten waren weil der Glaube war einfach so groß dass wir viermal hintereinander gewinnen können und die Serie noch gewinnen können Kannst du dich an das erste Drittel von Spiel 3 erinnern? Nein Es war offensichtlich es fruchtete des Players Only es war ein Drittel in dem Salzburg vier Tore geschossen hat und kein einziges erhalten hat Warum ist das durchaus wichtig? Weil da auch ein Tor von dir mit dabei war nämlich das 4-0 das dann letztlich das Game in den Gold geworden ist Ja wir sind da sicher rausgekommen wie die Feuerwehr Wir haben gesagt von Anfang an gleich einmal den Ton angeben und sagen was wir vorhaben und wir haben die Mannschaft gehabt wir haben die Qualität gehabt das zu machen und wenn wirklich jeder 100% Einsatz gezeigt hat und eingestellt war und der Glaube auch da war dann sind solche Drittel zustande gekommen und dann haben wir erst gesehen zu was wir eigentlich fähig sind Inwieweit sticht diese Finalserie dann gegen Linz die dann ebenfalls wieder erfolgreich bestritten worden ist zum dritten Titel der Ära Red Bull Salzburg für dich hervor Was macht diese Serie besonders oder besonders erinnenswert? Ich kann mich gut erinnern dass wir da ein Unterzahlspiel gehabt haben mit diesem Steve Rieger und Filiowicz und da war eine 3 gegen 5 Situation in einem heißen Spiel und die zwei haben das souverän gekillt sozusagen die anderen die Linzer haben auch super Bauernblick gehabt waren bekannt dafür und die zwei haben sich in die Schüsse reingeworfen haben teilweise Bässe so gelesen dass sie den Pass komplett abgefangen haben und da war so ein bisschen der Knackpunkt wo wir gespürt haben wenn wir das 3 gegen 5 überstehen dann ist es wirklich an der Zeit dass wir das Momentum an unserer Seite haben und volle Fahrt aufnehmen und an das kann ich mich gut erinnern in der Serie und ich kann mich noch gut erinnern das Championship Winning Goal der Doug Lynch in der Overtime wieder einmal in der Overtime entschieden ein Schlagschuss flach am Eis ich glaube der Westland hat nichts gesehen und plötzlich sind die Scheiben drinnen und alle Dämme brechen und wir sind überglücklich über den nächsten Meistertitel gewesen Es sind jetzt drei Titel in vier Jahren als du nach Salzburg gekommen bist hast du dir gedacht dass das die erfolgreichste Zeit deiner Karriere werden könnte oder hast du da nicht einmal zu träumen gewagt Absolut überhaupt nichts gedacht ich wollte einfach nur gutes Eishockey spielen erfolgreich sein mit dem Team Erfahrungen wieder machen und das Eishockey einfach wieder genießen Inwiefern Eishockey wirklich dann auch genießbar war ist eine spannende Frage die in der Saison 2010 2011 letztlich dann auch deinem letzten Salzburg Jahr einer Erklärung hinzugeführt wird das ist ein spannendes Jahr es war für mich und die vielen Servus TV Kollegen auch das erste Jahr erste Bank Eishockey Liga bei einem Free TV Partner und wir gehen eben in die Saison bereiten uns darauf vor Salzburg dürfen Pierre Paget kennenlernen und all das was ihn durchaus erfolgreich gemacht hat und dann aber eben auch spannend um auch wieder den Euphemismus zu bemühen wie bist du in dein fünftes Salzburg Jahr gegangen dein viertes unter Pierre Paget eigentlich so wie immer die Vorbereitung war gut wir haben uns schon teilweise gekannt du weißt was der Trainer von dir erwartet es war eigentlich alles besprochen und wir haben gesagt Titelverteidigung steht wieder an wir wollen eine Mannschaft aufbauen die den Titel verteidigen kann und da wieder nach Salzburg bringt und so mit dem Gedanken sind wir eigentlich alle in die Saison gegangen du bist in die Saison gegangen und warst regelrecht on fire bis zum achten Spieltag fünf Tore gibt es Spielzeiten Saisonen wo man sich denkt hoppla jetzt läuft es aber wirklich gut oder versucht man versucht man das versucht man das nicht an sich an sich ranzulassen ob es jetzt gut läuft oder schlecht läuft es gibt Situationen da läuft es einfach gut und man weiß nicht warum und genauso gibt es Situationen da gelingt einem gar nichts und man weiß nicht warum und man hat Höhen und Tiefen in einer Karriere und den muss man alle durchmachen nur wichtig ist dass man immer einen Tief hat dass man da so schnell wieder rauskommt und alles da ansetzt wenn man einen Hoch hat dann sollst du einfach da genauso weiter tun eh was du machst und vielleicht noch ein bisschen mehr um besser zu werden aber warum es so gut gelaufen ist genau in der Saison am Anfang von der Saison kann ich überhaupt nicht sagen möglicherweise vielleicht ja dann auch das physische Edge der physische Vorteil da hat Pierre Paget ja eine durchaus spannende Weisheit auch immer wieder vertreten wenn ich richtig informiert bin ja sein Leid sagt aber eigentlich immer treat the Ferrari und der Ferrari war unser Körper und auf den musst du schauen und er wollte immer haben dass wir uns gut ernähren genug trinken genug essen genug schlafen und auch nach jedem Spiel Regenerationseinheiten machen sprich am Rad fahren uns massieren lassen Termine mit dem Physio ausmachen das hat er immer nach jedem Spiel gepredigt und gesagt dass wir unseren Körper das ist das Wichtigste was wir haben und das müssen wir auch dementsprechend behandeln und da darauf schauen um eine lange Karriere haben und da erfolgreich zu sein dennoch im fünften Jahr seines Wirkens im vierten Jahr seines Wirkens pardon sind manche Entscheidungen vielleicht auch für Außenstehende weniger nachvollziehbar geworden ich kann mich erinnern es gab ein Spiel wo Matthias Stratnik immer gemeint hat er weiß nicht mehr was er machen soll ich kann mich erinnern es gab ein Spiel wo du auf der Verteidigerposition aufgestellt warst war war Jahr vier unter Pierre Paget komischer als andere jetzt ein wenig provokant gefragt er hat einfach sehr viel experimentiert und hat Sachen ausprobiert die nicht jeder nachvollziehen hat können unter anderem auch mich als Verteidiger aufzustellen war extrem komisch oder ja überraschend für mich dass ich auf einmal eine Verteidigerposition einnehme jahrelang nur Stürmer trainiert und Stürmer gespielt der Größte bin ich nicht und spiele auf einmal hinten als Verteidiger das sind einfach diese Sachen diese Entscheidungen die wir Spieler einfach nie nachvollziehen haben können warum so eine Entscheidung getroffen werden und was er sich dabei gedacht hat gab es denn da auch den Versuch in der Aussprache oder hat man sich vielleicht dann auch in so intensiven Zeiten gedacht Augen zu Kopf runter und durch du kannst die Trainerentscheidung nicht hinterfragen du musst das annehmen was er dir vorlegt und wenn er dir sagt du spielst Verteidiger dann musst du das ausführen und versuchen das Beste daraus zu machen und das hat jeder von uns gemacht eigentlich nichtsdestotrotz wurden bestimmte Aktionen Reaktionen von Pierre Paget fahriger und wenige Serien die wahrscheinlich auch so unrühmlich verlaufen sind wie dann die Viertelfinal-Serie gegen Olympia Ljubljana wogt hin und her und kann mich noch sehr gut erinnern damals als wir bei ServusTV in der Sendungsvorbereitung waren kommt der Anruf Salzburg tritt nicht für Viertelfinale 4 in Ljubljana an wie ist dein Tag in Ljubljana dort abgelaufen? Wir sind schon am Vortag angereist wie immer top vorbereitet im Hotel eingecheckt übernachtet vormittags trainiert und der Pierre ist schon die ganze Zeit auf der Spielerbank auf und ab gegangen und hat in die Zuschauer reinge geschaut und keiner hat gecheckt was der da macht und was der tut und plötzlich hat er da vom Team jemanden hergeholt und hat sich da aufgeregt dass für ihn da zu wenig Schutz vorhanden ist dass da die Sicherheitsmaßnahmen nicht erfüllt werden und wenn das nicht der Fall ist dann dreht man nicht an wir haben noch geschmunzelt haben dann das Frühmittagstraining absolviert sind ganz einmal Mittagessen gegangen der Pierre war da nicht anwesend er war einfach verschwunden was für uns eigentlich nichts außergewöhnliches war wir gehen dann schlafen nachmittagsschlaf so wie vor jedem Spiel um ausgerostet ins Spiel zu gehen und ich glaube eine halbe Stunde im Nachmittagsschlaf klopft einer bin narrisch auf die Tür wir werden aufgeweckt wir stehen auf und sagen was ist da los es ist keine Ruhe da im Hotel wir müssen uns da vorbereiten für das Spiel dann hören wir schon die nächste Tür klopfen schauen wir raus wir drehten das durch im Hotelzimmer und in die Gänge und plötzlich ist einer von Salzburg und sagt wir treten nicht an ihr sollt es zusammenpacken wir reisen wieder ab wir fahren heim und ich meine das ist was du aus dem Schlaf gerissen glaubst träumst du noch oder ist es die Wahrheit bis du das einmal checkst und runter kommst und das einmal realisierst es ist Playoff und wir treten einfach bei einem Spiel nicht an ja passt wir packen zusammen der Bär hat entschieden wir treten da nicht an somit packst du zusammen checkst das Hotel aus gehst im Bus und fährst wieder heim und im Bus sitzen denkst du eigentlich was treten wir da eigentlich für Lawine los warum wieso ist da die Sicherheit wirklich so schlecht dass wir da nicht spülen können es war eine Unsicherheit und eine Ungewissheit in der Mannschaft aber wir sind nicht angetreten und sind wieder nach Hause gefahren als ich die Geschichte gehört habe und als ich dann auch im Rahmen der so jährige zehn Jahre Servus Hockey noch einmal neu aufbereitet worden ist ich persönlich mir gedacht das ist so wie bei einem Familienessen wo der entfernte Onkel eine übel riechende Flatulenz lässt jeder riecht jeder weiß irgendwas ist faul aber niemand sagt was inwieweit lässt sich dieses Szenario vielleicht auch mit der Situation damals in Salzburg vergleichen ja sehr gut eigentlich weil es ist jeden eigentlich aufgestoßen es hat sich Anna im Prinzip nicht sicher gefühlt und dafür ist die ganze Mannschaft nicht angetreten und ist heimgefahren aber das war wieder so eine Pierre-Paché-Aktion was sowas hat es doch davor noch nie gegeben ich glaube nicht dass es das jemals wiedergeben wird und das hat ihm einfach ja in dieses Rampenlicht gerückt mit solchen Aktionen hat er sich einfach einen Namen gemacht und bei uns Spielern ja es war einfach unverständlich damals zu der damaligen Zeit und so wird es auch immer bleiben viele tausende wahrscheinlich Millionen Buskilometer in den Beinen und Flugkilometer aber in in puncto Weirdness der Rückreise wo rangiert diese Busfahrt von Ljubljana nach Salzburg ja als wir dann alle im Bus waren und wirklich realisiert haben dass es kein Spiel gibt und die anderen Runden ja im Gange waren und wir im Bus sitzen und haben fahren haben wir noch jetzt wird der Trainer mal kommen und uns erklären wieso und warum und uns sagen warum jetzt wir im Bus sitzen und haben fahren und wie es ist und plötzlich vor dem Aussteigen ergreift er das Mikrofon und sagt so Freunde das Abendessen ist schon organisiert gut essen gut schlafen gut trinken wir essen jetzt noch da in der Halle gut regeneriert geht's alle heim schlafen und morgen sehen wir uns wieder Vormittag beim Training das war die Message die wir gehabt haben und wir haben uns genauso angeschaut und haben gesagt ist das jetzt sehr ernst will er das wirklich so durchziehen ist jemals noch darüber gesprochen worden oder ist das dann einfach totgeschwiegen worden dann natürlich am nächsten Tag haben wir gesagt wie geht's jetzt weiter wie steht's in der Serie wird das Spiel gezählt und natürlich wir haben das Spiel verloren sozusagen und haben das in Kauf genommen und sind ganz normal haben wieder weitergemacht als wie wir nichts gewesen wären kann man vorstellen dass das auf deinem Handy oder für dein Handy auch eine spannende Zeit war wie viele SMS Anrufversuche gab's um hier Erklärungen zu bekommen ja genug das Handy hat geraucht die Freunde haben mir geschrieben ich habe mit den Eltern telefoniert mit ja Manager und allen gesagt ja die ganze Situation erklären zu versuchen aber es war einfach komisch es hat's noch nie gegeben dass eine Mannschaft in der Playoff nicht antritt weil im Stadion eine gewisse Sicherheit nicht da war und auf das muss erst einmal kommen und das jedem so zu erklären war eine heilige Arbeit jetzt wird das Spiel strafverifiziert zwei Tage später macht Salzburg den Sack zu im damals längsten Spiel der 1.Bank Eishockey-Liga Geschichte 96 Minuten absolviert du warst damals beim vorher längsten nämlich Finale Spiel 6 schon auf dem Eis dann noch ein Drittel draufgepackt wie bist du persönlich mit solchen langen Spielen umgegangen zu dem Zeitpunkt da ist man einfach in der Zone so tief drinnen dass alles rund um ausgeschalten wird und da fokussierst du dich eigentlich nur auf das was zum Erledigen ist welche Sachen du machen musst damit du halbwegs bei Kräften bleibst dass du gescheit spürst dass du nicht extrem lange Wechsel nimmst dass du deine Kräfte sozusagen sparst für die richtigen Momente und da ist eigentlich alles runter mir dumm berührt mich nicht einmal ein bisschen weil ich einfach so konzentriert bin und so fokussiert und Gott sei Dank ist dann die Erlösung gekommen auch wenn es erst einigen Minuten danach waren nach der regulären Spielzeit die Erlösung durch Matthias Tratnik genauso wie du auch so ein Overtime Spezialist und die Erlösung hat dann dazu geführt dass es in einer der härter umkämpften Serien auch der Eishockey Geschichte ging gegen die Vienna Capitals Another Seven Game Affair was sind deine Erinnerungen an diese Serie ich kann mich noch gut erinnern da ist es drunter und drüber gegangen die Vienna Capitals haben wieder einmal eine tolle Mannschaft gehabt mit Top Import Spielern und einen sehr guten Dormann teilweise haben Gerüchte um mich kursiert dass ich den Salzburger EZR Salzburg verlassen wäre würde ich gerne auch später noch dazu kommen und wir sind in der Serie sogar drei zwei hinten gewesen und mit dem Rücken zur Wand gestanden und auswärts in Wien haben wir dieses Spiel absolvieren müssen und Gott sei Dank haben wir das gewonnen und das war wieder so eine Situation am Heimweg wir haben gedacht wir fahren noch ein Spiel heim und plötzlich spricht der Berber im Mikrofon im Bus und sagt so Boys wir müssen jetzt schlafen wir suchen uns ein Hotel wir übernachten und fahren erst morgen weiter nach Salzburg niemand hat irgendein Zahnbürstengeschweiger ein Label zum Schlafen oder irgendeine Tasche mitgehabt für eine Übernachtung und es ist von jetzt auf gleich entschieden worden wir checken jetzt ein Hotel ein weil wir unsere Kräfte schonen müssen für das Spiel sieben was in Salzburg stattfinden wird und jetzt müssen wir schlafen gehen ja das ist ein Hotel organisiert worden wir sind zu einem Hotel gefahren haben dort übernachtet am nächsten Tag richtig fein gefrühstückt sind in die Halle gefahren Eistraining absolviert und so haben wir uns schon ja zwei Stunden nach dem sechsten Spiel vorbereitet auf Spiel sieben wie erklären dass gestandene Eiserkey-Profis Erwachsene ihren Partnerinnen Lebensabschnittsgefährten und Schatz ich komme jetzt heute nicht nach Hause Coach's Decision was gab es da für Reaktionsbandbreite Kopfschütteln oder naja ist halt so teilweise ja gemischt muss ich fast sagen im ersten Moment bist du natürlich boah was ist da los schon wieder so eine Idee aber dann je länger du darüber nachdenkst denkst du wir wollen alles machen um dieses siebte Spiel zu gewinnen und vielleicht hat er recht wenn wir jetzt ins Hotel einchecken und jetzt schon einen Schlaf kriegen und in einem Bett schlafen können und morgen ein super Frühstück und dann erst trainieren vielleicht hat er recht in dem was er sagt und in dem was er macht machen wir das einfach mit und natürlich wenn du das deinem Partner oder deiner Frau erklären musst die wartet daheim auf dich und du sagst du wer war noch und doch noch am Weg von Wien heim irgendwo dazwischen ist es natürlich auch mit einem Fragezeichen immer dabei und dahinter weil das versteht fast keiner dass solche Entscheidungen getroffen werden aber unterm Strich hat er wieder recht gehabt und natürlich wollte ich gerade sagen um diese Geschichte dann auch weiterspielen zu können hatte Pierre Paget recht natürlich gab es in Spiel 7 einen 4 zu 1 Siegern Spiel 7 das von einer anderen Szene überschattet worden ist nämlich Daniel Welser's Check gegen Benoit Graton Kannst du dich an die Szene noch erinnern und von wo aus du sie verfolgt hast ich kann mich noch sehr gut an einen es war eine unglückliche Situation aus meiner Sicht es sind beide sehr körperbetonte Spieler sie fahren gerne auf Körper und Gratovo auch kein Kind von Traurigkeit der Daniel hat seinen Körper auch nie geschont und ist immer in Stärz reingefahren und hat sich nie gescheut und hat sich immer in Dienste der Mannschaft gestellt und bei der Situation hat er ihn einfach gecheckt und das Resultat daraus war ich glaube eine Gehnerschütterung und er hat sogar eine Cut gehabt und das war ja eine richtig spielentscheidende Situation damals Daniel Welser wurde von manchen Beobachtern in dieser Szene auch immer wieder Absicht unterstellt für dich Absicht in dieser Szene vorhanden gewesen oder einfach ein Bang Bang Play wie es im Eishockey Hunderte gibt ich glaube nicht dass der Daniel so ein Typ ist der was so ein Foul plant oder absichtlich macht jeder der aus Eishockey spült weiß wie schnell es am Eis zugeht wie wenig Zeit du für solche Entscheidungen hast und du hast eine halbe Sekunde Zeit check ich den check ich jetzt nicht und da haben sie einfach die Wege gekreizt und er hat ihn einfach mit der Schulter erwischt und ja es war ein bisschen unglücklich dass es ausgegangen ist aber Absicht will in der einen oder sicher keine zu erscheinen wir nähern uns logischerweise dem Höhepunkt der Ära Red Bull Salzburg dann auch dem Schlusspunkt der Ära Red Bull Salzburg natürlich mit einem weiteren Finale du warst in deiner Karriere für die Salzburger in jedem Jahr im Finale hattest du zwischen Spiel 7 Halbfinale und Spiel 1 Finale auch mal Zeit innezuhalten zu denken wow eigentlich Dauergast im Finale cool ja ich meine ich habe gesagt Ziel wieder erreicht ein Finale fünf Jahre hintereinander im Finale zu sein ist wirklich was Besonderes und dann habe ich gedacht KAC keine guten Erinnerungen irgendwas muss ich machen dass der Sieg oder dass das Finale positiv ausgeht und dass ich eine gute Erinnerung habe an dieser Playoff schon wieder der KAC mit der Vorgeschichte des fahriger agierenden Pierre Pagets im Wissen du warst schon Verteidiger im Wissen vielleicht fällt ihm wieder was Neues ein wie geht man wie versucht man als Profi in so eine Finalserie zu gehen es war extrem schwierig zu dieser Zeit die Gedanken nur aufs Eishockey fokussieren weil abseits sehr viel abgegangen ist und es war wirklich eine sehr harte Zeit für mich das Gute daran war dass die Zeit zwischen Spiel 7 im Halbfinale und ersten Finaltag recht kurz war und da bleibt dann einfach wenig Zeit zum Überlegen und zum Denken deswegen ich habe es einfach genommen so wie es ist und habe mich vorbereitet wie für jedes Finale und habe mich darauf eingestellt dass es wieder ein richtig heißer Tanz wird das ist auch geworden eine Serie die eine unfassbar spannende Dynamik erneut entwickelt hat es gab zwei Heimsiege zu Beginn es folgten zwei Auswärtssiege Serie ging wirklich hin und her und dann schießt Maxi Klenker in Spiel 5 den KAC in der Overtime zur Serienführung kannst du dich an diesen Treffer noch erinnern ja ich kann mich noch erinnern dass wir das Spiel in Overtime verloren haben ich kann mich aber noch erinnern dass der Rainer Divis sich schwer verletzt hat in diesem Spiel und das hat uns fast noch mehr Wege getan zu diesem Zeitpunkt Maxi Klenker packt die Peitsche aus schießt den KAC nach 66 Minuten und 80 Sekunden zum Sieg es geht nach Salzburg zurück ohne zwar mit Rainer Divis aber im Wissen dass die Saison für ihn vorbei ist wie ging es Thomas Hönigl auf dieser Busreise ja also auf der Busreise da ist noch die Hoffnung bestanden dass der Rainer irgendwie mit Spritzen und mit Tapes oder irgendwie zusammengeflickt wird und Spiel 6 spielen kann und dann am nächsten Tag ist eben die Diagnose gekommen glaube ich dass der Rainer definitiv nicht spielen wird und der Thomas Hönigl unser Backup uns im sechsten Spiel ja das Torhüten wird einfach beschreibt Thomas Hönigl in deiner in deiner Wahrnehmung in dieser in dieser Phase ja beim Thomas Hönigl muss ich ein bisschen weiter ausholen weil das ganze Jahr schon für ihn ein sehr hartes Jahr war er war als Backup hinter dem Rainer Divis ein gesetzter Nummer 1 Dormann und der Thomas Hönigl als Zweier Dormann der ist geschliffen worden das ganze Jahr extra Schichten am Eis extra Daumen Training am Nachmittag extra Einheiten in der Kraft kommen und ich kann mich gut erinnern wie er da einmal am Boden sitzt das Level komplett verschwitzt der Schweiß tropft ihm runter links und rechts und ich gehe hin und sage hey Hönigl eines Tages kommt das alles zurück und für irgendetwas ist das gut und ich kann mich an seinen Blick erinnern der hat gerade und gerade noch die Augen aufgeregt und hat gesagt ja sicher aber deswegen mache ich es ja und dann kommt genau das Spiel 6 und ich weiß der wird aufgestellt und in dem Moment bin ich zu ihm hingegangen der war schon kein weiß natürlich hat man ihm das Jahr das hat man auch verstanden das ganze Jahr wenig gespielt und plötzlich kommst du im wichtigsten Spiel des Jahres ins Tor und dann habe ich zu ihm gesagt Thomas kannst du ihnen die ganze Schinderei das ganze Jahr was mit dir betrieben worden ist niemand hätte gedacht dass du jemals jetzt den Einsatz kriegst und dass du jetzt die Chance hast das zu zeigen was du drauf hast du hast dir nichts vorzuwerfen du hast extra Schichten geliefert mehr als jeder andere in der Mannschaft und dir ist das vergunnt dass du jetzt eine super Partie spielst Gibt es eine einfachere Methode den Respekt von allen 25 plus Kader-Mitgliedern zu bekommen als sich ohne Helm als Gole in Schüsse zu stürzen Ich glaube das war ein Zeichen dass der wirklich alles dafür tut um erfolgreich zu sein und das Spiel zu gewinnen und darum wirklich wirklich alle Spieler und auch die ganze Halle gesehen der Spieler der haut sich in jeden Schuss rein auch wenn er keinen Helm mehr hat und das war so prägend und das hat die Mannschaft so gepusht in der Situation dass es unbeschreiblich war einfach Von wo aus hast du diese Sequenz Thomas Heneckel verliert den Helm die Klagen vor der Spielen munter weiter von wo aus hast du die Situation verfolgt und was ist dir währenddessen den Kopf gegangen Ich glaube ich bin auf der Bank gesessen und habe nur gesehen er verliert den Helm und habe gesagt jetzt kommt Brötter mal ein Pfiff aber dem war nicht so ich glaube das hat noch ein paar Sekunden angedauert und es ist noch ein Schuss gefallen und der ist einfach ohne Helm weiter marschiert hat einfach die gleiche Bewegung gemacht als wenn er einen Helm aufgehabt hätte und hat sich ganz normal furchtlos in diesen Schuss geworfen und uns ist jeden der Mund offen geblieben auf der Bank Salzburg bestreitet dieses sechste Spiel erfolgreich gewinnt 5 zu 2 und es geht am 14. April 2011 nach Klagenfurt es ist der Ort großer Triumphe es ist ein Ort einer ganz schweren Stunde in deiner Karriere mit welchen Gefühlen bist du für dieses Spiel 7 nach Klagenfurt gefahren ja also extrem schon nervös wieder Spiel 7 und in Klagenfurt ich kann mich noch erinnern ich habe auch Schlaftabletten gebraucht am Tag davor es war einfach unmöglich einzuschlafen weil die Bilder im Kopf haben sich abgespült die Nervosität war schon da der Druck war riesengroß es geht um die Meisterschaft ohne Schlaftabletten hätte ich noch nicht eingeschlafen und da habe ich eine gebraucht das weiß ich noch um die Anzahl der Stunden an Schlaf rein zu bekommen und dann am Tag des Spiels sind wir in die Halle Vormittagstraining Vormittagstraining absolviert und Spiel 7 ist immer etwas besonderes und jeder Trainer will da irgendwie noch einmal eine besondere Ansprache halten irgendwie die Mannschaft pushen und es wäre überraschend gewesen wenn der Bär Paché sich nichts einfallen lassen und wie wir zum Spiel kommen geht die Kabinentür auf und die ganze Kabine ist ausgepflostert mit großen Plakaten und da steht drauf No Doubt also kein Zweifel und wir gehen rein und schauen und schauen und auf jeden Platz und auf der ganzen Wand und am Plafond und überall haben die Zeugwart No Doubt Schilder aufgehängt wir gehen alle am Platz und setzen uns nieder und der Bär fängt seine Rede an und sagt es ist keine Mannschaft in der ganzen Saison die so viel trainiert hat wie wir es ist keine Mannschaft die so viel investiert hat wie wir auf Regeneration auf Essen auf Schlafen auf Trinken auf allen drum und dran wir sind ausgelacht worden wo wir die Radl mitgenommen haben auf die Auswärtsfahrten damit wir danach trainieren können damit wir danach regenerieren können es gibt keine Mannschaft in der Liga die das gleiche Programm durchgezogen hat wie wir es gibt keine Mannschaft in der Liga die so viel Intervalle gefahren ist es gibt keine Mannschaft wie wir die so viel für Fitness investiert hat wie wir und deswegen werden wir heute das siebte Spiel gewinnen es gibt überhaupt keine Zweifel dass wir heute verlieren werden egal was passiert egal wie das Spiel verlauft mit diesem Mindset möchte ich ein siebtes Spiel schicken No Doubt und es gab keine Zweifel daran dass es ein legendäres Spiel werden würde es gibt eine Sequenz im dritten Drittel die für immer in die österreichische Eishockey Geschichte eingehen wird oder dazugehört du schießt ein Tor das vermeintliche 3 zu 2 und es wird aberkannt warum es war es war das 3 zu 2 und der Schiedsrichter hat sich das genau angeschaut in der Wiederholung und hat darauf entschieden dass es Tor um abseits war was für mich heute noch fast unverständlich ist aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so und ich habe nicht gewusst wie knapp es war ich habe nicht sagen können ob ich mit der Spitzen im Torraum war ob ich den Torraum behindert habe es ist einfach so schnell gegangen zu dem Zeitpunkt habe ich nur gewusst dass da alles abgekommt es zählt nicht du musst noch eins schießen was war deine erste Reaktion als du die Fernsehbilder dann oder schaut man sich Fernsehbilder von so einem Spiel dann im Nachhinein auch an und wenn ja was war deine erste Reaktion als du die Szene gesehen hast verdammt harte Pille zu schlucken habe ich gedacht es ist eh so knapp runter gegangen wie oft kriegst du die Chance wie oft schierst du das Tor wie oft kommst du in die Position und dann wird es aber kann auch noch obwohl es aus meiner Sicht regulär war war wirklich keine leichte Zeit und keine leichte Faser da haben sich Sachen im Kopf abgespielt die wirklich schwer zu verkaufen sind die Poesie dieser Finalserie hat natürlich dann auch beinhaltet dass der Game Winner der in Regulation aberkannt wird dann aber tatsächlich fehlt dass der Klagenfurter in Spiel 7 auf Klagenfurter Eis den Titel für Red Bull Salzburg besiegelt film ich mal durch diese Sequenz wir befinden uns in Overtime Minute 3 Ja es war ganz einmal Wechsel Angriff wir haben Scheiben Besitz gehabt wir haben rotiert versucht Verwirrung reinzubringen in die gegnerische Mannschaft und irgendwie ist dann der andere Lakers zum Schuss gekommen und trifft mich genau vor dem Tor und ich kann den Buck zwischen meinen Beinen abfälschen hoch sogar noch über ein Schoner vom Andy Kyoto und plötzlich brechen alle Dämme das Tor zählt ich schaue den Schiedsrichter noch mal an der Jubel war nicht so groß weil in Klagenfurt war aber die Salzburger Fans auf der anderen Seite haben gejubelt und plötzlich kommt gleich der Matthias Dratnik und reist mit zur Bande und dann strömen wieder alle Spiele aufs Eis und feiern den Sieg Jetzt hast du viele entscheidende Tore geschossen und die Außenbetrachtung wäre wahrscheinlich Game Winner in einem finale Spiel sieben in der Overtime Besser geht's nicht Wo rangiert dieses Tor in deiner persönlichen Wahrnehmung Das ist natürlich der prägendste Moment in meiner Karriere weil als kleines Kind immer wenn du spielst oder ein Match machst oder alleine mit den Inlinern auf der Straße spielst oder am Deich du redest und kommentierst das Spiel selber oder ich habe das hunderte Mal gemacht Spiel sieben Playoff Finals und wer schießt das Tor Tommy Koch die Entscheidung und holt die Meistertitel und plötzlich wird dieser spielerische Gedanke als Kind wirklich einmal Wahrheit und du erzielst das Tor in einer Overtime auch noch in einem alles entscheidenden Spiel dieser Moment ist sicher der prägendste Moment in meiner ganzen Karriere Jetzt war die ganze Finalserie und eigentlich auch schon die Playoffs davon überschattet überlagert dass oder es gab ein nicht abreißendes Gerücht Thomas Koch und der KAC wehren sich schon wieder einig Wie bist du mit diesen Gerüchten um das mal voranzustellen umgegangen Es war natürlich nicht leicht weil ich bin fast jeden Tag damit konfrontiert worden Hast du schon unterschrieben in Klagenfurt Du hast ja schon unterschrieben in Klagenfurt Die Zeitungen haben berichtet Überall bei dem Interview war das die letzte Frage und immer wieder und immer wieder und dann hat es mich ein bisschen genervt mit der Zeit weil immer diesen Fragen standzuhalten Aber es war so dass ich nicht unterschrieben gehabt zu dem Zeitpunkt Das ist die Geschichte oder der Negativ der sich dann auch irgendwie fortgepflanzt hatte dass es schon eine Unterschrift gäbe Bedeutet diese Unterschrift gab es während der noch laufenden Finalserie nicht Nein die hat es wirklich nicht gegeben und das stimmt auch das ist die Wahrheit Ich habe zu dem Zeitpunkt nie beim KAC unterschrieben gehabt und aus einem guten Grund da weil ich gewusst habe wenn das der Fall ist dann passiert einfach zu viel und der Druck wird zu groß Deswegen habe meine Unterschrift nie vor dem Ende der Saison aufgehabt Gab es im Vorfeld Kontakt oder eine Zusage oder war das alles quasi nach der Saison Es stimmt es waren viele Verhandlungen und Gespräche im Laufe dieser Saison und unterschrieben habe ich nicht aber eine mündliche Zusage hat es damals gegeben Nimmt einen jetzt in diesem Fall auch kein Wunder denn du bist für die produktivste Ära beziehungsweise auch die erfolgreichste Ära von Red Bull Salzburg verantwortlich dass natürlich deine Zahlen den Erfolg den du gebraucht hast Begehrlichkeiten wecken wenn wir jetzt auf diese Karriere auf diese fünf Jahre in Salzburg zurück blicken was bleibt für dich über eine extrem erfolgreiche Zeit tolle Erinnerungen mit tollen Spielern extrem viel Spaß und Gaude natürlich wenn man gewinnt macht es natürlich immer Spaß aber auch teilweise Erinnerungen an sehr harte unangenehme Zeiten die dazugehören bei jeder Phase aber es überwiegt natürlich fünf Jahr viermal oder fünfmal im Finale vier Meistertitel ein Salut Cup Champion ein Continental Cup Champion und das als Kapitän war natürlich sehr erfreulich Wenn ich dir noch eine Information vorlege die du kommentieren sollst nämlich dass du bei all den Kalibern die Salzburg über deine Red Bull Jahre im Kader hatte wenn man bedenkt dass du in all diesen Jahren immer Topscorer warst was bedeutet das für dich Ja natürlich sehr schön weil es waren wirklich sehr viele gute Spieler immer in der Mannschaft und ich habe auch das Vertrauen gekriegt von den Trainern diese Rolle zu übernehmen als Nummer Eins Sender und produzieren und Spieler in Szene zu setzen und habe das auch natürlich genossen weil es funktioniert hat und aufgegangen ist und Gott sei Dank hat es auch funktioniert Es ist nicht immer so dass wirklich fünf Jahre hintereinander Topscorer bist von einer Mannschaft aber war natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit und an die erinnert man sich immer gern zurück Das Kapitel Red Bull Salzburg somit besprochen Folge 4 vom Thomas Koch Spezial bei Hockey O'clock mit Martin Fahner neigt sich dem Ende zu aber es ist noch nicht genug der Spezialfolgen zwei weitere erwarten uns noch zwei Folgen die im Doppel heute in zwei Wochen erscheinen werden einstweilen ein Danke und bis bald bis nächste Woche bei Hockey O'clock mit Martin Fahner Hockey O'clock Gerne mehr davon Untertitelung des ZDF für funk, 2017